Ja, zum Glück ist wieder einmal Mittwoch und da gehen wir ganz gemütlich. Das ist aber eine gute Frage, wo unser Ziel ist. Unser Ziel ist, oben am Berg einmal durch die Schaflücken und dann geht es weiter nach Gennahorn. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, leider reißt der Nebel umeinander. Schön ist es trotzdem. Und da sind wir hier oben. Aber das wird erst beim runtergehen, werden wir uns denken, das hört nicht mehr aus. Ja, das glaube ich auch. Bergheil! Hey Bergheil! Das war der Rock! Das ist so. Prost, Prost, Prost! Das tut es schon. Hu! 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 Wie macht man das am Berg? Ja, es geht ja nichts über ein gutes Gipfelschnaps, aber man kann ja auch organisiert sein. Prost! Prost! Die Gesundheit, dass Roland so gut geht! Ja, genau! Roland so gut geht! Roland so gut geht! Das erste Bergheilich! Das erste Gipfelkreuz ist dieser Kreuz! Boah! Ah, ist das gut! Und der Walter hat natürlich... Wer der erste, der zugreift, der hat gewonnen! Genau! Hey, wenn du da mit einem Fetzen runtergehst, dann bist du schnell unten! Nein! Ein Schnellabstieg! Ja, der Sonne ist da, dann ist es wieder da! Oh! Hu! Was ist das? Das Brokengespenst! Das Brokengespenst! Steh dich auch da? Stärker wird's! Boah, da! Hu! Hu! Aber das ist ja noch besser! Hu! Ja, zum Glück sind wir leicht unterhalten alle! Ja, und so geht heute ein lieblicher Tag zum Ende!